Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute ist wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir hier in Maldraxxus aus einer Kiste bekommen können. Und ich hatte jetzt nach ein paar Versuchen endlich mal Glück. Und das Toy, das es sich dreht, heißt hier Kevins Partyvorräte. Und das können wir in einer bestimmten Kiste holen, die aber relativ selten da ist. Die ist alle paar Tage, alle paar Wochen mal am Start. Und zwar befinden wir uns hier unten in Maldraxxus auf den Koordinaten 68, 85. Und dort gibt es eine Kiste, die kann ich euch mit dem Twink gleich mal zeigen. Mit dem habe ich sie noch nicht aufgemacht. Hier unten ist sie, schleimbedeckte Kiste. Die seht ihr dann, wenn sie da ist, auch tatsächlich auf der Karte angezeigt. Also immer mal aufpassen, wenn hier in dem unteren Bereich eine Kiste aufploppt, schleimbedeckte Kiste, die auf jeden Fall mitnehmen. Da kann nämlich A ein Toy drin sein und ein Pad. Und das Pad kann man, glaube ich, auch im Auktionshaus weiterverkaufen. Das ist relativ viel Gold wert. Also dafür lohnt es sich auch. Wie ihr da hinkommt, zeige ich euch jetzt mal mit dem Twink. Und ich hoffe, als Belohnung kriege ich dann auch noch ein Pad raus. Aber mal schauen. Also wir sind hier ganz normal, ne? Hier in dem Bereich, wo die normalen Schleime sind. Und jetzt wollen wir einmal dahinter. Und den besten Weg, den ich gesehen habe, ist nicht hier durch die Vordertür. Weil da kriegt ihr so einen Debuff drauf, der eure Heilung und, ähm, eure Heilung, glaube ich, und ich glaube auch den Schaden, ich bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall die Heilung um 90% verringert. Der stackt langsam hoch und dann wird es ziemlich ätzend. Also am besten läuft ihr hier hoch, dann, ähm, Goblin-Gleiter rein. Dann könnt ihr einfach nämlich hier hinten runter segeln, direkt zur Kiste und müsst nicht vorne an den Mobs vorbeilaufen. Denn hier sind ziemlich ätzende Viecher, die die ganze Zeit, ähm, AE-Schaden pulsieren. Dann gibt es hier diesen Debuff, der halt hoch stackt. Da wollt ihr nicht durch die Vordertür reinlaufen. Also hier hinten durch ist das relativ angenehm. Und da seht ihr, ähm, ist schon die Kiste. Die schimpft sich schleimbedeckte Kiste, die können wir aufmachen. Und wenn man Glück hat, dann ist nichts drin wie bei mir. Oder bei meinem Twink war halt dann das Toil dementsprechend drin. Das hat eine 10%ige Drop-Chance, also eigentlich gar nicht so schlecht. Zumindest laut WoW-Head. Ich glaube, ich habe die Kiste schon einige Male aufgemacht. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ding noch an. Lernen das einmal. Und, ähm, hier haben wir es. Macht einen Schleim bereit für eine Party. Und jetzt müssen wir irgendeinen Schleimling-Pad auspacken. Und, ähm, ja, hier habe ich zwar die Pet-Battle-Viecher nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Schleim. Habe ich da irgendeinen Schleim-Pad? Hier, den zum Beispiel. Den packen wir jetzt mal aus. Den Schleim. Und auf den müsste ich das Ding dann anwenden können. Der müsste dann quasi Party-equipped bekommen, der Schleim. Gucken wir mal, ob das klappt. Ähm, Partie-Vorräte. Ah, seht ihr? Der, der Schleim. Jetzt müssen wir mal ein bisschen näher ran, ran zoomen. Also mein, mein schöner Schleim hat jetzt einmal so einen Party-Hut auf. Man sieht es ein bisschen schlecht. Da, das ist der Party-Hut. Und der hat so einen Teller mit Kuchen obendrauf, wo dann noch einen, wo dann noch hier ein Totenkopf mit drauf ist. Also, sieht ganz lustig aus. Brauchen tut es sicher keiner. Ist ein nettes Gimmick für Pads. Soll anscheinend nur mit Schleimen funktionieren. Das Ganze nicht mit anderen Pads. Und ja, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Ist halt dementsprechend wieder ein Pad mehr oder ein Toy mehr in der Sammlung. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr das Pad oder das Toy auch kriegt und eure Pads damit verschönern könnt. Zumindest die Schleimpads. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle. Ich zeige nochmal kurz die Map hier unten. Und wie gesagt, ihr solltet alle paar Tage mal gucken, ob das Ding am Start ist. Ich verabschiede mich. Euer Telar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.